Was? Ne, nicht Crystal Palace. 2, 3 und 4. Was hab ich an Alkohol? Medizin. Wo haben wir den Alk? Hier haben wir Prozef Allee. Oh Vodka. Wow. Gibt's echt keine Animationen zu? Ich will doch wenigstens sehen wie ich mich besaufe. Sind das wirklich... Oh. 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 So, da hat gerade kurz wer angerufen, naja, äh, Bewegungstempo, wenn du schleichst, Schaden durch Waffen mit Schalldämpfer, wenn du schleichst, uuuh, nicht tödliche Technosassel, Alter, und ich kann Messer werfen, mein Taumacher auch besser gesagt, okay, worauf gehe ich dann als nächstes, ich glaube Intelligenz bei Quick Hacks sind wirklich scheißegal, hier habe ich nichts freigeschaltet, da auch nicht, wie schalte ich die eigentlich frei, indem ich Level steige, allgemein Level, oder, nee, 12, alles bei 12, 10, Dauer von Quick Hacks um 25%, naja, so, unter, unter mir, nee, sehr lang, Hä, was ist los, willst du kämpfen, hä, willst du kämpfen, oder du, nicht schießen, ich hab dich geschlagen, voll auf die Oma, lauf, na, wie sieht's, wie sieht's mit dir aus, hi, Der wollte echt kämpfen, so war das aber nicht geplant, ist er jetzt tot, wach auf, los, komm, wach auf, hab gesagt, wach auf, naja, komm, Alter, ich boxe mich hier einfach, ich prügel mich hier mit jedem, deine fleischliche Hünne hält dich nur auf, hol jetzt die rum, die holt rum, Okay, geht's gut, äh, Officers, ey, komm, Alter, komm, Alter, komm, Alter, hallo, hab dich doch getroffen, hier raus kommt doch sowieso kein Polizist, geht's dir gut? Ich sag's so, wie es ist, würde ich jetzt hier alleine spielen, würde ich dir, glaube ich, würde ich dir, glaube ich, eine reinhauen, just for the lols, hallo, Tür zu, danke, Ach, sie hat sich schon angelegt, ich dachte, ich hab' jetzt schon hier noch gerade irgendwo gesehen, Meine Fresse, sehen wir scheiße aus, Und was tun wir dagegen? Natürlich nichts, Äh, nehmen wir uns nochmal einen Waffenladen, ach komm, wir pennen, Ja, was passiert jetzt, wenn wir aufwachen? Sie ist weg Etwas später, cool, wie lange später Treffen wir uns am Sunset Hotel Ah, Alter, wie ist das eigentlich, können eigentlich Hacker auch die ganze Zeit irgendwie, äh, Von, äh, Rick Astley hier in Never Gonna Give You abspielen, wenn die dein Gehirn hacken? Ich hab' Wasser gef- Lass mal so, ne? Lass sie in Ruhe Ey! Ich verteidige mich nur gegen sie, ja? Ich hab' beide mit einem Schlag, Alter Versteck' mich nur vor der Polizei Die Polizei hat die Suche schon wieder aufgegeben Ey, aber ich hab' ihn geschlagen Und sie wehrt sich Krieg's jetzt die Rache dafür Äh, jetzt ist sie richtig ausgenockt Oh Äh Bist du tot? Äh Steht da was anderes, wenn du nur ausgenockt bist? Ne Keine Zeugen Sorry Muss das sein Die da unten haben was gesehen Ah komm Superman Punch Ist denn noch was? Irgendwie scheinen die Frauen hier ein bisschen mehr Eier in der Hose zu haben als die Typen Die wollen sich hier noch richtig prügeln, ja Eigentlich hätte ich dem auch hinterher schießen können Naja Die Polizei macht ja sowieso nichts Wir sind traurig El Guapo Kann ich das auch kaputt machen? Judy Hey Judy, was gibt's? Hey Kannst du herkommen? Jetzt gleich? Ist die Ist was passiert? Ich muss los Oh Scheiße Und Ey das Ich hab meine Waffe schon wieder angesteckt Warum hab ich gerade keine Waffe? Was ist denn du? Oben? Bist du nach oben gekommen? Ja Äh Äh Ja 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 Okay Schieß los Kann gerade nicht reden Ja Jetzt Zurück zu unserem Gespräch Hey Judy, was gibt's? Kannst du herkommen? Jetzt gleich? Naja Jetzt gleich Schwer Komm bitte Oh äh Ist wahrscheinlich wegen Dingschen, ne? Könnte ich das ausmachen? Rechnische Fähigkeiten 5 Hi Was bietest du an? Knarren Die Besten in den Badlands Das wage ich zu bezweifeln Oh Die Waffe sticht mir ins Auge Ach Und er schmerzt Also mit Pistolen komme ich eigentlich echt gut klar, ne? Nehme ich mir mal Ach, ich hab nicht genug Geld Wie viel Kosten denn der Spar ist? 21.000 Ja, nee Abzocker Dann geh doch zu netto Äh Hab ich gar keinen Junk? Wenn mir nicht so Äh Da hab ich nochmal was frei Kleidung Möchte ich glaube ich nichts loswerden Oh doch, die wiegen kann schon was Was will ich es überhaupt nicht haben? Den lächerlichen Hut Die Bandagen könnten noch geil werden 33 Panzerung ist auch so lächerlich Für den scheiß BH Aber das ist so Hab ich glaube ich schon mal gesagt So einfach Klischee Äh Von Äh Komm ich wieder spielen So Bikinis und so Geben einfach die beste Rüster Äh So Ist das irgendwie eine spezielle Ach, eine ikonische Deswegen Ja Von den ganzen anderen Sachen Möchte ich erstmal hier nichts verkaufen Nö Das habe ich wohl Muss ich nochmal kurz gucken Ob ich Mir da noch was einsetzen kann Haben wir hier Waffenglitch Blockiert die Waffe des Ziels Und macht sie vorübergehend Unbenutzbar Der Seuchen Hm Das kann auch ganz gut sein So Eifen Na ich weiß nicht Wir brauchen vor allem mal Einen besseren Chip für den scheiß Wie kriegen wir die her Äh Äh Das ist ein Klausung Keinen zusätzlichen Schaden Warum sollte man das nehmen Äh Bei den anderen Kommen wir erstmal nicht weiter Nö Äh Okay Ich würde sagen Sonst Wir Speichern mal hier Wir sehen uns dann Das nächste Mal Night City Bis dann Haut rein Sind Sonst journalist Sonst oui hat cem Im Su Nun Sonst H